Ich hoffe mal, dass die Felsen immer so gestaltet sind, dass man leicht sieht, wo etwas ist und wo nicht. Kann ich? Ja, man kann es kaputt machen. Sehr schön. Aber kein Loot drin. Dafür die Dutzend und Dritte Schnecke. Ja, ich wusste ja nicht, was das gerade eben sollte. So, gucken wir mal nach. Level-Ups. Level-Ups für everybody. Athletik. Okay, ich... Schwerter. Ha, ich weiß nicht. Strength and Health. Ja, machen wir mal. Wir machen mal Strength and Health, den Stärkepunkt mehr und... Athletik? Nee. Armor. Armor hat sich gut an. Muss ich sehen. Was kannst du denn mal? Ein bisschen mehr Armor, weil du stehst sowieso vorne. One-Winner. Genau, One-Winner mit dem Dino Tower. Hast du auch den 11 plus 5 Bonus? Und du, Assassination. Backstabbing. Backstabbing. Oh. Oh. Oh, ja. Ist doch vielleicht ein bisschen dumm, ich am Anfang gleich schon so als Gip-Punkt rauszubottern. Aber... Wenn's schief läuft, läuft's halt schief. Nimm mit. Du auch. Aber irgendwas Secret-mäßig ist... Nein. Okay, weiter geht's. Es wäre interessant, so wissen, ob es die Dinger auch eher zufallsgeneriert sind. Die Dungeons und die Gegner. Hier ist der Spieldurchgang ein neues Dungeon. Wäre interessant. Ah, ich denke, hier ist mal wieder Stein hier. Spendet hier Licht. Hier ist irgendwas Lichtspendet. Achso, ist mein eigenes Fackel. Ach, die ist... Die brennt auch runter. Okay. Nur ein paar haben wir ja noch. Ha, Stein. Oh. Oh mein Gott. Ich muss erst mal kurz aufschauen. Mein Fernseher... Ich spiele auf dem Fernseher hier mit PC dran. Und... Das Problem ist... Der Fernseher hat einen Ruhemodus nach einer Zeit. Wer meint, dass eine Stunde nicht passiert ist. Oder zwei. Keine Ahnung. Das ist ätzend. Sucht, dass ich es selbst abzuschalten. Sagt... Na... Schon lange nichts mehr gemacht. Fuck. Shit, 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 shit. Goddammit. Und ich stehe noch nicht. Verdammt. Das war richtig schlecht. Verdammt. Das ist so ein kleines Spiel, wie es so viel Ärger machen kann. Was war da? Ist das da? Mole Jerky. Ha. Das da? Ist das ein Messer? Das ist ein normales Messer, ha? Was machen wir denn da mal? Ich zeige mal, was ihr da habt. Abgesehen von Hunger. Der Hunger wird anscheinend immer fast voll aufgefüllt, ha? Das ist gut zu wissen. Da ist die Klappe. Das ist ein normaler Dagger. Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich das? Ne, das wollte ich. Doch, das wollte ich. Klar wollte ich das. Sehr gut. Sehr gut. Wie gewollt. Ding hier macht. Oh, fuck. Oh, fuck. Da sehe ich was. So macht man das. Alter, sauer Hund. Du bist normaler. Dich kriege ich aus Urin. Hoffe ich. Komm her. Zack. Steins Gesicht. Haha. So. Hey. Hey. Da hat er mitgenommen. Okay. Okay. Er hat nur ein bisschen gebraucht. Du bist. Achso. Gut. Gut, gut, gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe nicht die Orientierung verloren. Einen Kompass. Einen Kompass. Na, da hast du mir das Schönste gegeben. Kann ich den was momentan benutzen? Ja. Och, wie schön ist das denn? Und ein Schwertchen. Sehr schön. So was mag ich ja. Ist hier noch irgendwas Geheimnisvolles? Oh. Muss ich mal Fackel mitnehmen. Scheint fast nicht so, ne? So, da war das Ding. Okay. Okay, man braucht die Karte nicht zurückzuhalten. Gut. So. Was aber da? Das ist sowieso der falsche Skinder. Kann ich den hier bekommen. So, ich slumpe die alte Fackel weg. Weiter. Shelter left, cells right. Shelter. Ja, okay. Das war zu einfach gemacht. Das war echt zu einfach gemacht. Er hat ja nicht viel zugehört. Und das ist jetzt so herauszufinden, was da gemeint ist, ne? Aber zweites Lel von daher. Minus 10 Evasion. Wenn man nicht Heavy Armor geskillt hat, ha? Aber plus 8. Okay, das haut natürlich rein. Und vielleicht gebe ich die lieber mal in Minotaur, weil der sowieso ein Schild hat. So. Und ruf das Ding. Und by the way, ich gebe mal eine Fackel wieder. Die brauche ich noch. Wie kriegen wir dich denn auf? Wollen wir dich aufkriegen? Wollen wir da was hinter, was man aufkriegen muss? Na, natürlich Schnecken. Haben wir noch nie gesehen in diesem Dungeon. Ha, ha. Komm schon. Wupp, wupp, wupp. Ja. Komm, schau mal. Ha. Ist wilsch. War das wilsch, Schnecke? Ups. Wie kann man eine 3 Meter Schnecke aus dieser Entfernung verfehlen? Im Nahkampf. Wie? Wie? Wie würdest du so etwas machen? Okay, wie komme ich da runter? Ich weiß, was liegen fallen. Wie komme ich da rein? Ich will schon wieder irgendein dämlicher Stein nicht wieder bewegen muss, oder? Oder ich bin einfach raus. Okay, gut. Ich will die Pfeile ran. Ich will die Pfeile ran. Gottverdammt. Ein Schalter? Nee, das geht nicht. Na, kommen vielleicht noch zu. Nicht so fällig die Tür öffnet. Nein, aber vielleicht. Die Fackel der Enten geht zurück. Noch irgend so ein halb abgebranntes Ding. Jetzt ist mal was. Nein, scheint nicht so. Tausch, tausch, tausch. Guck mal hinten die Zelle rein. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Ich will aber in diese verdammten Pfeile ran. Goddammit. Jetzt hat es nicht wieder geöffnet, hm? Wenn ich einen Mechanismus hätte, wo würde ich die drauf packen? Dann kann ich mich einfach einreißen. Vielleicht von der Hinterseite? Rückseite? Das müsste die Zelle sein, oder? Das oder die da links daneben. Hm. Das ist ein bisschen doof. Wie kommen wir denn da ran? Oh. Das ist eine Fähne. Unless gehen wir dann dringend. Wo haulазien? Und dann rob verschwere Fragen. After das ja? Komm, was joggen? Dann kommen wir einmal in der Dant-Dantik. prob integ хорошо. Das ist ein bisschen sehr gut geöffnet. Man nutrient Cuentar hat.